Es war einmal eine Stadt, die hieß Wien und die behauptete von sich, sie wäre anders. Aber wie gesagt, es war einmal. Heute und vor allem für morgen muss es jedoch heißen, Wien wird anders. Denn die Stadt wächst, die Orte verändern sich und die Hotspots sind mal hier mal da. Alles wird flexibler und mobiler, gleichzeitig werden die wirklichen Interessen der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so ernst genommen, wie es sich gehört. Wäre es nicht schön, an diesem Projekt mitzudenken und es später sogar zu gestalten? Denn wohin die Reise geht, darf nicht alleine Sache der Politik oder der Wirtschaft sein. Gerade du weißt doch, was deiner Stadt gut tut und was nicht. Vielleicht willst du ja dein Grätzl oder gleich die ganze Stadt erneuern. Und du hast die Idee, wie es geht. Dann komm jetzt zu NextWien. Hier kannst du mit deiner Kreativität und deinem Wissen die Zukunft unserer Stadt mitgestalten. Und hier hast du die Möglichkeit, deine Idee für die Stadt von morgen zu teilen und mit anderen zu diskutieren. Aber das Beste, alle Vorschläge nehmen am einzigartigen Ideenrennen teil. Die 10 beliebtesten davon werden anschließend von NextWien vorangetrieben. Also, jetzt anmelden und mitgestalten. Deine Idee zählt. Klicke die Zukunft von Wien auf NextWien.at